Über 100 Oldies nebeneinander. Ein seltener Anblick. In wenigen Minuten gehen sie an den Start. Bei einer der bekanntesten Oldtimer-Ausfahrten Österreichs, der Mühlviertel-Klassik. Ich würde sagen, es ist momentan sicher das größte rollende Museum Österreichs und wir sind recht stolz drauf und haben wir wirklich auch frei damit, dass wir auch jedes Jahr es schaffen, mehr Vorkriegsfahrzeuge zu bekommen, ganz spezielle Raritäten wie die Helis, wie die Logans und wie es alle miteinander heißen. Und dass wir auch Leute dazu haben, die sagen, wir möchten unbedingt ins Mühlviertel fahren. Drei Tage, 125 Teilnehmer. Die Strecken quer durchs Mühlviertel bis zur UNESCO-Weltkulturerbestadt Krumau. Wir fahren gesamt 475 Kilometer, die was genau in Rotburg kilometriert sind. Also ich habe ca. 5000 bis 7000 Kilometer abgefahren, bis dass die Strecken alle in Ordnung sind. Man macht das mit Freude, weil wenn man dann da ist und wenn man die ganzen Leute sieht, wie die dann begeistert sind. Das Wichtigste ist wirklich der Genuss. Wir fahren durch die Region, durchs Mühlviertel. Wir haben immer wieder so Genussstationen nach oder neu gebaut, so tolle Wirtshäuser. Teams aus neuen Nationen sind heuer mit dabei. Es ist so toll, all diese besonderen Autos hier zu sehen. Es ist noch dazu eine Charity. Das ist schon etwas ganz Spezielles. Ich bin aus Uruguay, lebe aber in Amerika. Dieses Auto bleibt hier in Österreich. Wir nehmen nämlich öfter an Rallys teil. Zwischen den Strecken gibt es immer wieder Benzingespräche. Also plaudern über Autos und ihre Herkunft. Es ist wie immer wie Börsensachen, Wertsteigerung. Es geht immer rauf und runter. Aber all along gesehen steigen die Sachen natürlich, weil es weniger werden. Man bewegt sich da schon in einem guten dreistelligen Bereich da drinnen. Aber ich glaube, das Geld ist nicht das Thema, sondern das ist einfach das Herzblut, das man einfach drinnen hat. Ich bin ganz begeistert immer von den schönen Autos und auch die Leute, die diese Autos so pflegen und lieben und auch genauso fahren damit. Und darum ist das wirklich einzigartige Veranstaltung, was wirklich Spaß macht. Drei Tage Oldtimer-Rally. Drei Tage Zeit, um Geld einzunehmen. Das kommt Sozialschwächeren in der Region zugute. Drei Tage Zeit, um Geld von потом nachzumachen, zweiquarze後 und David. Drei Tage Zeit, um Geld zur Adung von Pardon.